Also, jetzt haben wir gerade hier ganz schön gegessen und ja, die Sonne scheint leider nicht mehr, aber trotzdem haben wir es hier ganz schön und gemütlich. Wir haben alle unsere Themen durchbesprochen. Ja, Big Bed Target ist bereits erreicht worden, darauf freuen wir uns alle. Ja, perfekt, das sind wirklich tolle Nachrichten und so können wir hier noch ein bisschen die Umgebung geniessen. Es ist alles in dem Areal, wo auch die IBM Gebäude steht. Viele internationale Firmen sind da und ja, einfach die Leute kehren jetzt zurück aus dem Landspräg, denke ich. Also, Kathi, geniesse die Prag. Danke, ich freue mich sehr und wünsche. Viel Spaß, schönen Ostern. Danke, ich wünsche auch alles Beste für Ostern und schöne frohe Ostern. Perfekt, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.